Ihr werdet es nicht glauben, was ich euch heute zu erzählen habe und es ist äußerst wichtig für alle Menschen. Ich beginne und zwar hat Kryon zu mir gesprochen, ihr werdet am Ende des Videos seine Botschaft hören. Kryon sagt, diese Zeit ist besonders, weil die Menschen vor der Möglichkeit stehen, alte Glaubensmuster und Energien und jetzt kommt es, die uns die Matrix ständig jeden Tag aufs Neue überstüben möchte, abzulegen und uns davor zu befreien. Kryon hilft uns, die Schichten der Illusion zu durchbrechen und uns mit unserer wahren göttlichen Natur zu verbinden. Dies bedeutet, dass die tiefen Veränderungen, die auf der energetischen Ebene stattfinden, uns dazu führen, uns selbst und unsere Welt neu zu definieren. Deswegen werden wir sie bald nicht mehr wiedererkennen, denn nichts wird so bleiben, wie es war. Kryon ist ein Wesen des magnetischen Dienstes, dessen Hauptaufgabe es ist, die energetischen Magnetfelder, also das Erdgitternetz neu auszurichten, auszugleichen, in Balance zu halten und immer wieder mit Energie aufzuladen. Dadurch unterstützt er die Menschen, in das höhere Bewusstsein zu kommen. Das bedeutet, die Energien, die durch das Erdgitternetz fließen, unterstützen uns, uns von der Dualität zu lösen und ein besonderes Bewusstsein zu entwickeln. Das auf Einheit und Liebe basiert. Durch diese Prozesse können wir uns selbst und die Welt auf eine tiefere spirituelle Weise neu erfahren. Und Kryon sagt, seine Aufgabe ist es, die Menschen den Zugang zu ihrer ursprünglichen göttlichen Kraft wieder zu ermöglichen. Und das führt zu einem Bewusstseinswandel. Und da dazu ist der Ausgleich des Gitternetzes sehr, sehr wichtig. Und wir bekommen von Kryon eine Lehre. Es wird eine Kryon Akademie geben, wo wir uns schulen lassen können, uns mit dem Erdgitternetz zu verbinden und unsere Energie, unser Energiefeld selbst mit ihm zu verbinden. Es sind wichtige Techniken, die uns Kryon zeigt. Und ich bin Feuer und Flamme, was er da alles gesagt hat. Unter dem Video ist ein Link. Schaut mal drauf und informiert euch. Und jetzt möchte ich gerne diese Botschaft, dieses Channeling euch überbringen, denn ich möchte euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Und so beginnen wir auch gleich. Ich habe hier ein neues Spray, das Kryon Aura Spray. Mit dem sprühe ich mich ein und werde mich jetzt gleich auch damit verbinden. Einzieht Kryon und das Gefolge Und mit dem Segen des Lichtes spricht Kryon heute zu dir. Es ist sehr wichtig, dass du heute hier bist, denn Kryons Liebe wird dich empfangen. Und ich sage euch, meine Lieben, ihr alle steht vor einem großen Entwicklungssprung, vor einem Bewusstseinssprung in eine so hohe Bewusstseinsebene, die ihr bisher noch nicht betreten durftet. Und so möchte ich euch gerne darauf vorbereiten, denn diese Bewusstseinsebene verlangt, dass ihr all die alten Glaubenssätze, die Illusionen aus der Matrix ablegt, um möglichst tief in diese Bewusstseinsebene hineinzukommen. Und ich sage euch, ihr werdet euch nicht wiedererkennen, denn das, was kommt, wird so viel schöner, so viel größer sein, so viel unbegreiflicher als alles andere, was ich jemals für euch gechannelt habe. Und so stehe ich und mein Gefolge für euch bereit. Und um dir den Einzelnen vorzubereiten, möchte ich dich einladen, in das magnetische Feld meiner Liebe einzutreten. Und wenn du es erlaubst, empfange ich dich mit meiner Liebe, um dir zu zeigen, wie es ist, von Kryon geliebt zu werden. Und sobald du deiner Seele die Erlaubnis gegeben hast, dich mir zu öffnen, wird die Energie zu dir fließen. Und vielleicht spürst du, wie sich die Energie verändert, wie du selbst in den Prozess der Veränderung hineinkommst, getragen wirst von meiner Liebe und all das jetzt abfließen darf, was dir nicht mehr dienlich ist, die Illusionen der Matrix, die du trägst, die aber gar nicht zu dir gehören. Und so lade ich dich ein, dies alles heute und hier bei mir zu lassen. Lege dazu deine Hände auf dein Herz, und spüre Kryons Energie, Kryons Liebe. Nimm ein Bad in der magnetischen Liebesenergie, die ich für dich bereitgestellt habe. Dieses Bad heilt deinen Körper, heilt deine Seele und zeigt dir, wie es ist, wenn du beginnst, dich mit Kryon zu beschäftigen. Und so ruhe dich ein wenig aus und lass all das los, was du trägst, was aber zu schwer für dich ist. Lass all das los, was dich schwächt, was dir von der Matrix übergestückt wird. Denn jetzt ist der Raum dafür, wo du geschützt von mir unterstützt wirst. Dies ist ein heiliger Raum des Erkennens, des Seins und der Leber. Und so gebe ich dir ein wenig Zeit, damit du all dies loslassen kannst und fühlst, wie es ist, aus den Verstrickungen der Matrix hinaus zu treten, dich vorzubereiten für die eine ganz besondere Bewusstseinsstufe, die du noch nie betreten hast. Und wo ich dir gerne behilflich bin, diese Stufe zu betreten. Denn jetzt ist die Zeit für große Veränderungen, für Veränderungen, die die Erde braucht. Und so fließt meine Liebe durch das Erdgitternetz zu dir. Es fließt überall dorthin, wo Menschen Hilfe brauchen, wo sich Menschen versammeln, um die Liebe an erste Stelle zu stellen. Denn die Liebe ist der Weg, die Liebe ist das Ziel, dein Schutz, deine Heilung, dein Weg. Und wenn du diese Worte in deinem Herzen Hallen hörst, hörst du die Energie der Liebe, die dich einlädt, diesen Weg zu gehen, diesen Weg jetzt mit Kryon zu gehen, dich ihm zu öffnen und zu vertrauen. Kryon ist extra für dich heute hierher gekommen und Kryon hat dich über die Liebe, über die Linien der Liebe eingeladen. Kryon ist dein Freund, Kryon ist an deiner Seite, um dich zu unterstützen und so genieße meine Umarmung, die ich dir jetzt gebe und fühle in deinem Herzen, dass du selbst etwas verändern kannst, dass du selbst es bist, der die Veränderung bringt. und so bin ich bei dir, wenn du es wünschst, ab jetzt. Und so sende ich dir den magnetischen Gruß der Liebe mit dem Segen des Lichtes, wenn ich mich jetzt von dir verabschiede, so sei es. Dann komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da, spüre die Energie von Kryon in dir und wenn der Impuls kommt, dann hat dich Kryon gerufen und wir sehen uns zum Kryon Webinar, Kryon Akademie, wo er uns lehren wird, was jetzt gerade wichtig ist, wo er uns schützen wird und hilft, all die Illusionen der Matrix von uns zu nehmen. Smarana Wenn dir diese Botschaft gefallen hat, teile mein Video und aktiviere auch die Glocke, damit du immer informiert bist, wenn neue Botschaften kommen und im Moment ist es sehr wichtig, auch von der geistlichen Welt informiert zu werden. Danke dir für dein Licht, wir sehen uns, und melde dich an zum Webinar, unten ist der Link. Alles Liebe, eure Smarana Alyos aus der Linke, das Mangel dem boil und wenn das Mangel austaела. 그렇게 HERE Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020